Die Zeit dient als Zeuge für das Fachwissen und die Hingabe von Rolens auf dem Gebiet der zahnärztlichen Ausrüstung. Rolens Unternehmen Unsere Entwicklung Rolens Unternehmen wurde 1981 gegründet und widmet sich seit über 40 Jahren intensiv der Forschung, Entwicklung und Herstellung hochwertiger Geräte für Zahnärzte. Unsere Fabrik wurde mit Taiwans Gute-Herstellungspraxis ausgezeichnet. Alle unsere Produkte gelten als äußerst hochwertig und effizient. Mit unserer Fachkompetenz liefen wir auch ODM, Dentalprodukte, OEM, Design und Entwicklung. Rolens bietet die besten und verschüpfendsten Lösungen für den globalen Markt der Dentalgeräte durch präzise Herstellungsprozesse, die ausgezeichneten Produkte mit einem hervorragenden Ruf hervorbringen. Rolens Unternehmen Innovativ und auf dem neuesten Stand der Technik Rolens Unternehmen engagiert sich stets aktiv in der Produktforschung, Entwicklung und Innovation. Wir haben nicht nur super Ergebnisse bei der Innovation der Lichthertons Technologie erzielt, sondern auch ständig entwickeln Hightech-Produkte. Der Sensor liefert die gleiche Wertqualität nach mehr als 50.000 Belichtungen ohne Detailverlust. Die robuste Kabelverbindung hat mehr als 70.000 Megatests bestanden und hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie austauschbar ist. Zu unseren neuen Produkten gehören LED-Q-Light LED-Q-Box Ultra-Schwa-Scaler Produkte für die Dentalradiographie und Zahnaufhehlungssystem Streine Regulierungskontrolle Um hervorragende Qualität zu erreichen Wir setzen uns vor, um ganz dafür ein, unsere innovative Forschung und Entwicklung in fortschrittlicher Zahntechnik fortzusetzen und die weltweite Wettbewerbsfähigkeit, unsere Produkte energieisch zu verbessern Alle Lorenz-Produkte wurden nach ISO zertifiziert und erfüllen die FDA- und CE-Standards Unsere Produkte werden über ein weltweites Netzwerk von Partnern in den USA, der EU, Japan, Indien, China und anderen Ländern vertrieben Hochwertige Produkte mit modernster Technologie Allgemeine Zahnheilkunde Produkte für die Dentalradiographie Lichtdioden, Kühleitstifttyp und Pistolentyp Magneto Ultra-Schwa-Typ Plug-in Piatto Electichia Ultra-Schwascaler Piatto Electichia Ultra-Schwa-Scaler Piatto Electichia Ultra-Schwa-Scaler Technische Labore, Wurstdüden-Kühlenbarks, industrielle Herdungsanwendung. Mit Hoffnung und Möglichkeiten die Zukunft gewinnen. Wir prüfen sorgfältig die Bedürfnisse unserer Kunden und passen unsere Produkte an die Anforderungen der realen Welt an. Der schlüsse Faktor für unseren Erfolg ist immer unsere Verpflichtung für die Qualität und Mehrwert. Wir freuen uns darauf, Ihnen dieses Versprechen zu geben. Wurrens Unternehmen, ein Partner, dem Sie vertrauen können.